So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben Savior of Kamigawa. Das billigste und schlechteste der Kamigawa Sets, auch von 2005. Und ja, auch hier ganz ganz komisch, lässt sich auch wieder komisch öffnen. Wir hatten das beneulich ja schon mal, aber hier sieht man direkt, ist der Originalkleber drin. Und da war damals so ein Reisding drin. Wusste ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, egal, lassen wir das. Wir haben das letzte Mal schon viel zu viel darüber geredet. Wir haben Death Denied, zwei Schwarz und wir bringen X-Karten aus dem Friedhofzug auf die Hand. Oh, nice, gar nicht mal so bad. Shinen, Sekunde. Shinen of the Stars Light. Dramana 2-1 mit Erstschlag oder Channel. Wir können die für 200 abwerfen, um der Kreatur Erstschlag zu geben. Leider nicht so gut wie Cycle, aber sie wollten Cycle nicht wiederbringen. Barrel Down Sokazan. Dramana Instant. Wir können am Libyanse der Mountainzug auf die Hand nehmen und können doppelt so viel Schaden auf eine Kreatur schießen. Warum denn eine Kreatur? Bad. Oh, Minamo Scrollkeeper. Den hab ich damals sehr viel gespielt. 200, 2, 3. Maximal Handsome 1 erhöht mit Defender, einfach weil der für 200, 2, 3 im Blau war. Super stark. Okina Nightwatch. 5, 4, 3. Wenn man 8 oder mehr Karten in der Hand hat? Ne, mehr Karten als der Gegend in der Hand hat, kriegen die plus 3-3. Das ist nicht schlecht. F Mask Netsumi. Dieses Artwork ist so süß. Dramana 2-2. Solange ihr 7 oder mehr Karten auf der Hand habt, kriegt der plus 2, plus 1. Und Furcht! Kann also nur von schwarzen oder Fakt-Kreaturen geblockt werden. Curtain of Light. Zwar meiner Instant. Was? Eine ungetappte, angreifende Kreatur. Ne, ungeblockte, angreifende Kreatur wird geblockt. Jetzt ich ne Karte. Ok. Ronan Cavekeeper. 5, ne, 6 Mana, 4, 3, Bushido. 2. Wenn er blockt oder geblockt wird, kriegt der plus 2, plus 2. Okay. Oboro. Ich wollte gerade sagen, Rebecca Gargoy 100%ig. Und ich hatte recht. Ede in der Haftheit ist drauf. Nice. Oboro Breeze Caller. 2 Mana 1-1. Fliegen für 2 Mana können wir ein Landzug auf die Hand nehmen und ein Land enttappen. Hatten wir nicht neulich das Gegenteil mit Tappen? Rended Vines. 3 Mana Instant. Wir zerstören Artefakt oder Verzauberung. Mana kosten weniger der Handkarten, weniger der Mana kosten, leichter weniger der Handkarten, die wir haben. So ist es richtig. Und wir hier ist chill. 5 Mana 3, 2 kann ich blocken. Und ja. Auch hier mit Channel und ne Kreatur kann ich blocken. Unsere erste Ankam ist. What? The fuck bist du denn? Secret Keeper. 4 Mana 2, 2. So lang man mehr Handkarten als jeder Gegner. Kreatur was selbst anfliegt. Das Artwork? Oh mein Gott. Seek the Horizon. Ein Artwork, was es heute so nicht mehr geben würde. 4 Mana Sorcery. Wie die Sonnen sind noch 3 Standardländern. Nehmen sie auf die Hand und mischen unser Deck. Okay. Dann haben wir Low-Cost Meiser. 4 Mana 2, 2. Jeder Gegner hat sein Maximum Handkarten um 2 reduziert. Oh wow, das ist strong. Das heißt, die haben noch einen Karten mit von 5. Das ist strong. Und unser Rare ist, uh, Kataki Wars Wage. Und? Ach, Puster frisch. Zona 2, 1. Alle Artefakte haben. Zu Beginn des Upkeep's muss man die Artefakte opfern. Es sei denn, man zahlt 1 Mana. Sehr coole Karte. Sehr spielbar im Death in Texas. Aktuell, by the way. Und, ähm, ja. Ich würd sagen, wir sehen's beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.